Ich hatt einen Kameraden, einen bessern findst du nicht. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite im gleichen Schritt und Tritt. Er will leben, einfach nur raus hier. Er will nicht kämpfen für Ehre und Vaterland. Er will einfach nach Hause, in seinem Garten die Blumen anschauen und die Vögel zwitschern hören, seine Frau und seine Kinder in den Arm nehmen. Er will leben, einfach nur leben. Aber im Krieg gilt, er oder der andere. Ein einziger Moment entscheidet. Eine Kugel kam geflogen. Gilt sie mir oder gilt sie dir? Ihn hat sie weggerissen, er liegt zu meinen Füßen, als wär's ein Stück von mir. Als Ludwig Uhland vor gut 200 Jahren das Lied vom guten Kameraden schreibt, versucht sich Halbeuropa von Napoleon zu befreien. Überall Krieg, unzählige Menschen sterben. Ein Menschenleben zählt nichts. Menschen sind oft reines Kanonenfutter. Daran, dass Soldaten Gefühle haben oder ein ganzes Leben, das noch vor ihnen liegt, denkt dort kaum einer. Erst das Lied, das in den folgenden Jahrzehnten unglaublich beliebt werden sollte, findet Worte dafür. Ich hatt einen Kameraden. Einen bessern findst du nit. Die Trommel schlug zum Streite. Er ging an meiner Seite im gleichen Schritt und Tritt. Da geht einer mit. Er lebt, was man selbst erlebt. Ist da, wenn man jemanden braucht. Zum Weinen, Lachen und um ein Stück Brot gereicht zu bekommen, wenn man selbst nichts mehr hat. Ein echter Kamerad. Ein Gefährte. Ein Freund. Einer, der dich nicht alleine lässt. Allein sein ist da das Schlimmste. Also nicht das Alleinsein und Ausruhen und seine Ruhe haben, sondern die Einsamkeit. Das Verlassensein. Diese Einsamkeit lässt Menschen manchmal verzweifeln. Wir sehnen uns einfach nach der Gewissheit, dass alles gut wird. Paulus schreibt, wir seufzen in dieser Welt und sehnen uns danach, endlich in den Himmel zu kommen. Aber wir wünschen uns den Himmel in dieser Welt. Wir wollen unser Leben weiterleben. Aber auch wir müssen irgendwann einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und dann bekommt jeder, was er verdient. Es hängt davon ab, ob er zu Lebzeiten Gutes oder Böses getan hat. Der Kamerad im Lied auf dem Schlachtfeld wird plötzlich aus dem Leben gerissen. Die Kugel kommt geflogen. Die Kugel kommt geflogen. Keine Zeit, um in Deckung zu gehen oder davon zu laufen oder selbst zu feuern. Seine Situation ist für diesen einen Moment ausweglos. Und im nächsten Moment ist er tot. Zurück bleibt sein Kamerad, sein guter Freund neben ihm, der ihn entsetzt anblickt und dann eine schreckliche Entscheidung trifft. Er kümmert sich nicht um seinen Kameraden. Er nimmt den Sterbenden nicht in den Arm. Er kämpft weiter, obwohl der sterbende Freund ihm noch ein letztes Mal die Hand reichen möchte. Will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lad, kann dir die Hand nicht geben. Bleib du im ewigen Leben, mein guter Kamerad. Der andere kämpft weiter, aus Angst, auch um sich selbst zu schützen. Er kann ja sowieso nichts mehr tun, so rechtfertigt er sich. Er lädt sein Gewehr nach und lädt damit die Schuld auf sich. Er kämpft um sein Überleben und verweigert dem Sterbenden den letzten Freundschaftsdienst, die Hand zum Beistand im Tod. Er darf leben, der andere ist tot. Paulus sagt, am Ende unseres Lebens, da gibt es ein Gericht. Da schaut sich Christus an, was wir Gutes und Böses getan haben. Der Soldat, der in einer schlimmen Situation eine unglaublich schwere Entscheidung treffen musste, er muss mit seiner Schuld leben. Wir Menschen kommen in unserem Leben oft in Situationen, in denen es nicht möglich ist, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Manchmal machen wir uns schuldig, egal, was wir tun. Wir verraten andere Menschen, unsere Prinzipien, unseren Glauben, uns selbst. Natürlich sind wir dann auch schuld. Aber irgendwie können wir gleichzeitig auch nichts dafür. Der Soldat kämpft weiter. Es ist schließlich seine Pflicht. Und er muss sich auch selbst verteidigen. Aber gleichzeitig verweigert er einem Sterbenden den letzten Liebesdienst. Und er stellt sich immer wieder die Frage, hätte die Kugel nicht eigentlich mich treffen sollen? Das Lied vom guten Kameraden kann man auch christlich deuten. Gott ist der gute Kamerad. Er steht uns zur Seite, lässt uns nicht alleine. Und er stirbt für uns. Aus Kameradschaft, aus Liebe zu uns. Und wir, wir lassen ihn oft genug einsam im Schmutz des Schützengrabens liegen. Kümmern uns nicht um ihn, weil wir mit unserem eigenen Leben zu sehr beschäftigt sind. Das Lied vom guten Kameraden, so ist das Verhältnis zwischen Gott und uns. Paulus sagt, am Ende unseres Lebens, da gibt es ein Gericht. Da schaut sich Christus an, was wir Gutes und Böses getan haben. Und dieser Richter, das ist unser guter Kamerad. Gott, der an unserer Seite steht, dem wir uneingeschränkt vertrauen, der für uns gestorben ist und der uns zuspricht, ich vergebe dir. Gott will, dass wir leben, trotz und mit all unserer Schuld. Seine verschwenderische Liebe gilt einem jeden von uns, egal wie groß die Schuld ist, die auf uns lastet. Das ist die Botschaft auch für den heutigen Volkstrauertag, an dem wir wieder an die Schuld denken, die Deutsche in Kriegen und Militäreinsätzen aneinander und an anderen getan haben, in der auch so viele Deininger und Fessenheimer ihr Leben lassen mussten. Wir sollen leben. Gott selbst ist der gute Kamerad an unserer Seite, der immer da ist, dem wir vertrauen können, mit dem wir über alles reden können und der für uns gestorben ist, damit wir leben können. Amen.